Die 34. Auflage des Klaurauer Herbstlaufs zog am vergangenen Sonntag knapp 2000 Teilnehmer an. Angeboten wurde der Halbmarathon, ein 10 und 3,2 Kilometer Lauf, eine 8 Kilometer Walking und Nordic Walking Strecke, sowie ein 1,1 Kilometer Lauf für die Jungen und Mädchen der Altersklasse U8, U10 und U12. Einige Athleten aus unserem Sendegebiet konnten gute Ergebnisse erreichen. Susann Weigert vom LG Vogtland holte sich Bronze über die Halbmarathon-Distanz. Über 10 Kilometer lief Sören Trommer vom SV Vorwärts Zwickau ebenfalls auf Platz 3. Weitere Läufer schafften es in ihren Altersklassen aufs Treppchen. Beim großen Preis von Sachsen gingen vergangenes Wochenende 160 Reiter aus 8 Nationen an den Start. Darunter über 50 Reiter aus Sachsen, 13 davon aus dem Landkreis Zwickau und dem Vogtland. Gleich zweimal aufs Siegerprotest schaffte es Henry Stude. Der Reiter vom RFV Langen-Bernsdorf siegte mit Ferry Blue in der Zwei-Phasen-Springprüfung Nummer 3, Klasse 2 Sterne M. Beim Preis des Landesverbandes Pferdesport Sachsen, ebenfalls ein 2 Sterne M-Umlauf, ritt er mit Colorado auf Rang 2. Bis ins Finale schafften es zudem Joelina Rudolf und Hardy Heckel vom RFV Lengenfeld sowie Johanna Glotz vom RFV Glauchau-West. Vorne zu wenig Einfallsreichtum und hinten zu viele Gegentore. Die Handballdamen des BSV Sachsen-Zwickau mussten eine so nicht erwartete Heimniederlage quittieren. Der TSV Nordhareslehe entführte zwei Punkte vom Neuplanetzer Parkett. Der BSV rutscht damit in der zweiten Handball-Bundesliga auf Platz 5 ab. In der mitteldeutschen Handball-Oberliga der Männer gab es sowohl für Einheit Plauen als auch den SV 04 Oberloser nur ein Unentschieden. Die Einheit vergibt aufgrund einer schlechten Schlussphase einen Doppelpunktgewinn gegen den HSV Apolda. Apolda erzielte eine Minute vor Schluss den 24 zu 24 Ausgleich, nachdem die Spitzenstädter reihenweise Torchancen vergeben hatten. Der harte Kampf zwischen SV 04 Oberloser und HSV Bad Blankenburg endete 23 zu 23. Die Schwarz-Gelben hatten in der ersten Hälfte noch klare Vorteile und nahmen eine verdiente 13 zu 8 Führung mit in die Pause. Drei verworfene 7 Meter in Hälfte 2 trugen zur Punkteteilung Begünstigten bei.